Jo Leute, kleine Überraschung, Double Upload heute am Sonntag. Wir sind gerade eben im All-Star-Weekend und da ich mir dachte, Wochenende, Weekend. Die letzte Folge war jetzt auch nicht super mega lang und anstrengend. Komm, baller ich das All-Star-Game heute auch gleich noch hinterher. Ihr seht es auch, ich habe wieder Spielschwierigkeit Hall of Fame eingestellt. Da hatte ich ja in der letzten Folge beim Dreier-Contest ausversehen Semi-Bro drinnen. Aber jetzt bei diesem Battle wollen wir auf jeden Fall auf allerhöchstem Niveau spielen. Und wir gehen auch direkt rein. Ich habe richtig Bock mit meinem Team, was ich ja auch selber ausgewählt habe, jetzt hier anzudrehen. Okay, dann hauen wir uns rein in die Partie. Unser Ziel ist natürlich der All-Star-MVP. Der wurde uns ja das letzte Mal so ein klein wenig gemopst, wenn ihr euch noch richtig erinnert. Also ich habe ein überragendes Spiel abgerissen und dann wurde es am Ende Doncic. Genau, Luka wurde es. Und das will ich heute auf jeden Fall einmal gerade richten. Oh, das war ein starker Pass von der Molly Rosen. Harden bringt den Bein nach vorne gegen Damien Lillard, Jimmy Butler gegen DeRozan, Irving. Harden nimmt den Dreier und der fällt nicht. Und ich habe Rebound Nummer zwei. Gebe ihn zu Dame. Oh, oh, hier wäre ich beinahe All-of-Bounds gegangen. Hier gibt es erstmal einen kleinen Block für Dame und der macht ihn leider nichts. LeBron. Zuteilung gerade eben so ein klein wenig Durcheinander. Ich stecke gerade gefühlt irgendwie drei Leute. LeBron, Butler und Tatum auf einmal. Ah, LeBron stopft ihn rein. Okay. LBJ. SGA. Geh in den Post. Yes, Sir. Punkte drei und vier. I like that. Oh nein, Tatum. Ja. Wide open. Macht ihn. Oh, und der Pass, der kam ein bisschen schnell. Dame im Zusammenspiel mit Jokic. Und Dame nimmt ihn. Und Dame macht ihn nicht. Und Jokic bekommt den Rebound nicht. Und Irving dribbelt super schnell nach vorne. Und ich will gar nichts. Mein Spieler war gerade wie festgeklebt an Irving. So unnötig. Easy. Let's go. Wow. Der ist schon leicht nice gewesen. Damit kann man arbeiten. Das größte Problem am All-Star-Game ist ja eigentlich, dass du halt nicht nur... Guck, der konnte es nicht nur geil spielen musst, sondern du musst das Ding auch gewinnen. Ah, Mann. Er drückt mich out of bounds. Ja, da war ein kleiner Block von Jokic zwischendrin mit dabei. Und ich stehe natürlich wieder gegen... Jason Tatum. Vergiss es. Nein. Nein. Wo war das bitte in Foul? Wo war das bitte... Okay, Tatum. Okay. Garte. Okay, ich werde das mal rausgenommen. Okay, um wie lange ich rausgenommen werde? Was geht denn mit denen ab? Brown macht hier nichts. Ja, der Pass auf Zion und der stopft ihn rein. Gut, beim All-Star-Game gibt es wirklich für alles in Wiederholung. Für alles. 37. Nein, ich habe... Ich habe gerade wirklich genau in der Sekunde nicht aufgepasst. Als wenn der CPU das gewusst hätte. Ey, Alter, ich schwöre, ich werde gerade ein bisschen sauer. SGA. Ja, hier, Dreier in dein Gesicht, Mann. 40-47, wenn du keine Defense spielst. 7-Punkte-Unterschied. Durant gegen Zion. Ja, der guckt ihn halt. Aber mal ganz locker. Pass auf Shea. Der gibt ihn weiter zu Zion. Und dann... Weiß ich nicht, was der Plan ist. Ich gebe ihn zu. Ach, komm. SGA, bitte. Danke. Wichtig. Wir sind wieder dran. 49-43. Wir lassen uns hier doch nicht die Laune verhackeln, Freunde der Sonne. 11 Punkte, 2 Assists und 2 Rebounds. Und Paul George nimmt den Dreier. Und ich habe ihn. Ich gebe ihn zu SGA. Vielleicht hat er Bock auf einen Screen. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Das ist ein Durcheinander. SGA. Gib ihn raus. Brown ist komplett frei. Nein. Aber der macht die nichts. Da halte ich mich mal raus aus einer Possession und dann passiert da nichts. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Ach. Willst du mir jetzt sagen, beim Rebound stehe ich mit meinem Fuß dann plötzlich out of Bounds? Ich spiele mich gerade leicht knatzen. Und hier ist Tatum. Er wird es für den East-Omstern. Gilgis Alexander kippt zu Davis. Oh, 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 oh. Hier ist MP. Außerhalb für Gilgis Alexander. Das ist auch lächerlich, oder? Ich kriege den Ball gegen Irving nicht unter. Muss ihn zweimal offensiv rebounden, um ihn dann rauszuspielen. Also da haben sie schon wirklich leicht übertrieben, dass du unterm Korb dann gar keinen Finish hinbekommst. Das ist gar nicht dein Mann, SGA. Kannst du mal bitte weggehen? Also das war jetzt wieder von der defensiven Zuteilung her. Zieht das Foul. Ja, Tatum. Tschüss und auf Wiedersehen, ey. Erstes Persönliche ist für ihn. Oh, yes! Da kann man sich die Wiederholung mal anschauen. Und da will mir jemand sagen, dass eh nicht in den Dunk-Contest gehörbar. Da muss man sogar sagen, da ist sogar die Netzanimation sehr, sehr gut gemacht. Da ist sogar die Netzanimation mal komplett realistisch. Ja, ich dachte nicht, dass der Pass kommt. Aber er kommt natürlich. Nein, na, zu spät. Aber jetzt stehe ich halt gegen LeBron. Das ist natürlich schon geil. Also sofern ich jetzt nicht die ganze Zeit geguckt werde. Doch, ich werde die ganze Zeit geguckt. Geil. Ja, der nächste Dreier. Aber wir kommen nicht wirklich ran. Also die ganze Zeit immer so diese 18 Punkte Abstand. Unsere Defense ist nicht gerade die beste. Kyrie. Durant. Ich habe den Rebound. Gebe ihn weiter zu Jalen Brown. Und ich stehe wieder gegen Irving. Und das Lächerliche ist, ich kann nichts machen. Weil ich einfach im... Okay, das war jetzt nichts. Oh mein Gott, jetzt laufe ich auch noch in die gleiche Richtung zweimal. Das war jetzt komplett dämlich von mir. Nein. Und meine Fadeaways wollen auch nicht reinfallen. Max, komm schon. No way. Fünf Sekunden. Jawohl, der fällt. Und wieder fällt. Gegen LBJ. Puh. Nochmal ein kleiner Booster zum Abschluss der ersten Hälfte. Durch die Gap durch. Jetzt vielleicht auch mal eine gute Defense Max. Das ist auch eine Option. No way. Ja. Und Tatum liegt auf dem Boden. Und das bedeutet... Was bedeutet das? Äh, das bedeutet... Dass Damon den Ball in der Ecke bekommt. Und wir jetzt hier einen Screen stellen mit Jokic zusammen. Und Damon macht! Nein, ich hab noch kein Glühwein getrunken oder irgendwie sowas. Ja, ich hab schon drüber nachgedacht, aber ich hab's noch nicht gemacht. Gemma. Ich hab' ihn. Damn. Und natürlich zieh' ich das Foul gegen LBJ. Glück. Den hab' ich nämlich eigentlich ziemlich krass zu früh losgelassen. Genauso wie den hier. Aber das ist immer so. Irgendwie zu früh loslassen ist besser als zu spät. Warum auch immer. Fünfpunkte Führung. Warum ist denn keiner bei... Ist wieder keiner bei LBJ. Jason Tatum scorent, aber auch Kred. Er ist checkt in für... So, jetzt kriegen wir unsere Pause, Leute. Und jetzt hab' ich Angst. Wir kommen... Oh, Alter, was geht? Okay. 100 zu 84. Krass, die Jungs haben ja komplett abgerissen. Morantz. Ah, krieg' ich nicht unter. Paul George, Durantz. Bisschen durcheinander. Muss natürlich immer bei Tatum bleiben. Und Tatum stopft über mich drüber. Puh. Nee, was mach' ich denn? Geh' nochmal out of bounds. Bleib' bei uns. Achso, ich muss ihn leider reinspielen. So, dann hätte ich gesagt, komm, Ali-oop. Komm. Fade-Away, Buzzer-Beater. Ey, meine Fade-Aways heute, die sind, äh, leider leicht grausam. Westall-Stars lead by 14. And we'll have the start of the fourth quarter for you as soon as we get back from this short break. Okay, Zielpunktzahl 124. Also, wir brauchen jetzt noch 24 Punkte, um das Ding hier zuzumachen. Und mit 14 Punkten Vorsprung ist das natürlich ziemlich ordentlich. Pass kommt raus. Jalen Brown. Jawoll! 31, 7, 13. Vielleicht ist sogar ein Triple-Double drinnen. Sieg, All-Star, MVP und Triple-Double. Das wäre doch eine geile Geschichte. Und das Ganze noch auf Hall of Fame. Jetzt kassieren wir aber erst bei den Dreier von Kevin Durant. Er ist noch nicht vorbei. Dame. Hier einmal. Und dann Gauss. Nein, den habe ich, den habe ich leider zu spät losgelassen. Wow, okay, okay, okay. Transition aus dem Bilderbuch und Dame mit einem absolut geilen Lob-Anspiel auf Zion und der finished vom Sache. Okay, dann, Contest ist da. Fällt nicht. Dame, du weißt, was zu tun ist. Drain kommt. Dame nimmt ihn. Dame macht ihn nicht. AD. Jawoll! Stark. Ja, da ist das Deal gegen Kevin Durant. Und da ist der Pass auf AD. Und AD stopft ihn rein. Vinny Davis. Das läuft doch gerade alles ziemlich gut. 31, 8, 14. Und der nächste Dreier von Dame. D-d-d-d-d-d-d. I like that. Noch ein Assist. Durant nimmt ihn. Rebound Nummer 16. Okay, Leute. 121, 106. Wir brauchen noch einen Dreier. Dann ist das Ding hier vorbei. Oder Jokic stopft ihn rein. Jetzt brauchen wir dann nur noch einen ganz normalen Bucket. Ja, das wäre echt auch besser. Einfach das Ding zumachen, bevor es am Ende nochmal irgendwie spannend wird. Komm, Peachy, spiel ihn raus auf Jimmy. Nimm Beats. Nimm ihn. Nein. Rebound Nummer 19. Aber irgendwie will ich den Entscheidenden will ich schon irgendwie alleine machen. Es muss ja kein Dreier sein, aber... Jetzt kommt Jimmy und stehlt mit ihm fast weg. Pass auf Jokic. Komm. Machen wir das Ding zu, Jokic. Yes! Two-handed dunk und wir hängen noch so und zeigen noch in der Gegend rum. Und wir gewinnen das All-Star-Game. Und jetzt gib mir mal einen Pokal. Gib mir mal einen Pokal, den ich schon das letzte Mal eigentlich verdient gehabt hätte. Jetzt gibt es wahrscheinlich keine Animation oder sonst irgendwas. Doch, gibt es. Yes, sir. Let's go. Ist bloß eine Kleinigkeit, aber... ...wollte ich unbedingt haben. Dann sind wir doch durch. Also gucken wir kurz rein in die Spieler-Stats. Jason Tatum, 28 Punkte. PG, 19. Kevin Durant, 17. 12 von LeBron. Dre Young, 10. Und wir kommen auf 35 Punkte. Ich habe auch sehr viele Würfe genommen, muss ich sagen. Ich habe schon forciert. 28 Punkte von Dame. SGA, 22 Punkte. Jalen Brown, 12 Punkte. Am Ende reicht es aber für den Sieg und für die All-Star-MVP-Trophäe. Okay. Im heutigen Podcast reden wir über MPs-MVP-Chancen. Das zeige ich euch in der nächsten Folge. Jetzt würde mich interessieren, wer ist denn unser nächster Gegner? Okay, also unser nächster Gegner sind die Hornets und Brandon Miller. Brandon Miller gilt als einer der besten Spieler deines Draft-Jahrgangs zeigt der Welt, dass er nicht mit dir mithalten kann, indem du ihn alt aussehen lässt und das Spiel gewinnst. Und wo ich einmal mit euch ganz kurz drauf schauen möchte, wie sieht es eigentlich aus von der Grotstufe her? Ja, wir kommen immer näher und näher. 129.000 Punkte hat Tatum hat 129.000 Punkte. Ja, doch, sehe ich schon richtig. Und da sind wir kurz davor, vorbeizuziehen. Dann kommt ein Beat, dann kommt Donchic und dann sind wir zumindest schon mal auf Stufe 5. Freunde, das war's für heute. Euch allen natürlich noch einen schönen Sonntag. Genießt es, die freie Zeit und dann bis zum nächsten Mal. Euer Max. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.